Was ist die Einladung? Und was wäre die Antwort gewesen? Das wäre die eine Antwort gewesen und der Schwarzmarkt wäre die andere Antwort gewesen. Dieser Staat ist der, der vorgibt, die Menschen zu schützen. Und das finde ich beides ganz schlechte Antworten. Ich möchte, wenn meine Tochter schon Cannabis konsumiert, wo ich gar nicht begeistert wäre, ehrlich gesagt, als Vater, aber wenn sie es dann schon tut, dann wenigstens in gesicherter Qualität. Dass ich weiß, wie viel THC ist da drin, welche Beimengen sind da drin oder wer da noch dran rumgefummelt. Und das ist immer für mich der Punkt immer. Meine Tochter soll zu Apotheken oder speziell lizenzierten Geschäften gehen und nicht hier beim Strafjustizgebäude oder am Steindam oder sonst irgendwo landen. Das war für mich immer der Ansatzpunkt. So kann es nicht sein. Und darum haben wir als FDP vor, ich gebe zu, es war ja nicht immer so, aber 2015 gab es einen Beschluss des Bundespartei, das ist eine lange Diskussion, die genau das beschlossen hat. Wir wollen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene in Apotheken in spezializierten Geschäften. Das ist seitdem ständig Thema und steht bei uns auch im Wahlprogramm drin und waren vorhin so halb optimistische Stimmen. Ich bin etwas optimistischer als meine Vorredner. Ich glaube, dass es in der nächsten Wahlperiode im Deutschen Bundestag durchaus Mehrheiten für mehr gibt, als wir bisher hatten. Also, die Linke und Grüne und FDP sind nicht identischer Meinung, ich sage da immer die Unterschiede, aber ähnliche Meinungen. Und ich habe die Hoffnung, dass also Vernunft sich irgendwann durchsetzt. Die Erfahrung habe ich in der Politik gemacht. Für Vernunft kann man eine Zeit aufhalten, man kann sie auf die Dauer auch nicht verhindern. Und die Vernunft spricht dafür, genau dieses zu tun. Zu sagen, wir wollen die Töchter von Wiederschenburg nicht zum Strafgesichtsgebäude schicken, sondern von mir zur Therapie, zumindest aber zu einer Apotheke, zum Ähnlichen Geschäften, kontrollierter Qualität. Das muss unser Ziel sein. Ich glaube, dass auch eine christliche Partei, die diesen Begriff hier im Namen trägt, christlich genug ist, zu erkennen, dass das das Beste ist, was sie für die Menschen tun kann, dass sie eben nicht in den Spazmarkt ausliefert, sondern eben in besserer Qualität arbeitet. Es wurde vorhin schon gesagt, Modellprojekte sind beantragt worden. Ja, ich war der Antragsteller für meine Fraktion, weil ich der zuständige Fachsprecher bin. Wir haben Anfang 2018 einen Antrag gestellt, auf Modellprojekte durchzuführen. Das haben wir uns nicht gemacht, das wurde uns ein bisschen übel genommen. Das hat den Wort, jetzt geht ihr wieder zurück von der Position. Ihr wolltet die kontinuierte Abgabe gleich einführen, nicht erst aufprobieren. Das war für mich der Punkt, zu sagen, den konservativen Parteien eine goldene Brücke zu bauen. Nach dem Motto, wir stehen ja emotional, das ist für euch schwierig, sofort den ganzen Schritt zu machen. Aber macht doch mal den halben Schritt mit dem Argument, was vorher noch kam. Wir probieren es einmal aus. Wenn es gut funktioniert, dann machen wir es. Und ich habe mich hingestellt, liebe CDU, wenn es schief geht, dann werde ich auch dagegen sein. Sehr sicher, dass es nicht passiert. Also die Modellprojekte waren von uns eingebracht worden Anfang 2018. Nicht, weil wir sie gerne Modellprojekte machen, sondern um den konservativen Parteien eine goldene Brücke zu bauen. Sie sind diese Brücke nicht gegangen. Wir haben Anhörungen gemacht und ein paar Jahre nach dem Ausschuss, am Ende, hat die CDU und auch die SPD das leider abgelehnt. Wir hatten Unterstützung von den anderen Fraktionen. AfD nicht, irgendwie zählt ja auch nicht so. Und deshalb aber, weil es gescheitert war, haben wir da einen neuen Antrag gestellt und der ist auch abgelehnt worden. Jetzt natürlich, bitte macht eine konsolierte Abgabe für Erwachsene. Ich will nochmal die Argumente nennen, die zum Teil ja schon genannt wurden. Ich mache mal gerne noch ein paar Sprüche, die man sich gut merken kann. Der eine ist zum Beispiel, ich habe deutlich mehr Angst vor einem Einbrecher, als dafür, dass mein Nachbar kifft. Mit anderen Worten, die mehr als 200.000 Verfahren, so sind es tatsächlich, 200.000, über 200.000 Verfahren gab es im letzten Jahr wegen Cannabisbesitz. Die zum Glück wurden ihm meistens eingestellt. Aber da muss ein Polizist eine Anzeige schreiben, ein Staatsanwalt muss es angucken, ein Richter muss sich jedenfalls einstellen und mir zumindest auch anklagen. Ja, die sollten sich mal lieber um die Leute kümmern, die möglicherweise mehr in der Wohnung einbrechen. Da sind die Polizeiressourcen, glaube ich, wesentlich besser eingesetzt. Den zweiten Punkt habe ich schon genannt. Den zweiten Punkt habe ich schon genannt, Schutz der Betroffenen, Schutz der Konsumenten. Ich habe es am Beispiel meiner Tochter genannt, das geht natürlich wie jeden anderen auch. Wir wissen alle, der THC-Gehalt ist gestiegen. Wenn ich heute zum Schwarzen Markt gehe, weiß ich ja gar nicht, wie ein THC ist denn da drin. Da mache ich unbeerblich viel zu viel davon. Das kann doch nicht ernsthaft sein, dass die Menschen dem ausliefern. Und der dritte Punkt, der wurde vorhin schon mal angedeutet, es gibt ja Untersuchungen schon. Wie wird sich das finanziell auswirken, wenn wir kontinuierlich abgeben? Denn der Schwarzack macht ja viel, nur eins nicht, Steuern zahlen, das macht er nicht. Und es gibt Berechnungen, die kennen, manche sagen eine Milliarde, andere sagen zwei Milliarden, wie auch immer. Also richtig viel Geld, aber Achtung, da brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung. Ich kenne auch die Finanzpolitiker meiner Partei, wenn die zwei Milliarden auf einmal mehr haben, haben die tausend Dinge, wo wir es ausgeben wollen. Nein, ich möchte natürlich dieses Geld, mindestens im allergrößten Teil, ausgeben für Drogenprävention und Drogentherapie. Also es darf nicht für ach so tolle Dinge ausgegeben werden, sondern gezielt dafür. Das wird auch die nächste Schlacht sein, die wir machen. Aber eben ein bis zwei Milliarden Euro sind im Kopf. Wir haben hunderte von Milliarden Schulden durch Corona, da war ich übrigens auch für zuständig für Corona. Das war nicht unser Thema heute. Könnte ich jetzt drei Stunden über Corona retten, mache ich nicht. Aber ein, zwei Milliarden ist nicht viel, aber immerhin. Aber da müsste der größte Teil der Tat für Drogentherapie und Drogenprävention ausgegeben werden. Die ist in Deutschland zum Teil noch katastrophal. Ich will es gar nicht weiter vertiefen. Stichwort Substitutionstherapie, die oft nicht stattfindet, demnächst noch schwieriger wird. Stichwort Spritzen tauschen, was da alles gibt. Dafür hätte ich genügend Dinge, wo ich dieses Geld für ausgeben könnte. So, und nun. Ich habe mich bisher gesagt, da würden wir vermutlich mal Linke und Grüne weitestgehend unterstützen. Teile der SPD klammern heimlich auch. Es gibt sogar zwei Leute bei der CDU, man glaubt es gar nicht, die das auch unterstützen. Jetzt kommt der Punkt, wo die Unterstützung nicht ganz so groß ist. Wir als FDP wollen die Wirtschaft fördern in diesem Land, damit Geld eingenommene Arbeitsplätze geschaffen werden. Und Cannabis ist auch noch eine tolle Chance, noch ordentlich Arbeitsplätze zu schaffen. Ich bin dafür, wir haben derzeit eine Cannabisproduktion, haben wir tatsächlich schon. Wir haben Medizinalcannabis in Deutschland offiziell von einer Tonne. Medizinalcannabis wird verbraucht in Deutschland ungefähr 30 Tonnen. So viel. Stamm. Ich bin dafür, dass Deutschland Selbstversorger wird bei Cannabis und noch über den eigenen Bedarf hinaus produziert. Ich möchte gerne, dass in Deutschland absehbarer Zeit 100 Tonnen Cannabis pro Jahr produziert wird. Also über den eigenen Bedarf hinaus. Und dass wir Cannabis weltweit in Germany exportieren. Deutschland ist ein Exportland, wir haben jetzt ja Autos, Maschinen und viele andere Dinge exportiert. Leider keine digitale Technik, aber immerhin. Und ich möchte, dass ein neuer Exportschlage für Deutschland Cannabis wird. Wir würden Deutschland was Gutes tun, noch mehr Geld annehmen, Arbeitsplätze schaffen. Wir würden auch der Bevölkerung der Welt etwas Gutes tun. Denn nicht nur in Deutschland sind Leute darauf angewiesen, unsicheres Cannabis zu kaufen. Wie viel schöner wäre es, wenn die gesichertes Cannabis made in Germany kaufen könnten. Das möchte ich gerne unter anderem erreichen. Und dafür bitte auch ein bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank.